Das Jahr hat gerade erst begonnen und schon steht Deutschland still. Ab Montag, dem kommenden Montag, 8.1., soll überall alles stillstehen. Es soll gestreikt werden, es soll demonstriert werden. Bauern, Speditionen, die Lokführer der Bahn, Handwerker und viele andere rufen zum großen Streiktag oder Demotag auf. Was das für Deutschland bedeutet, für die Regierung und auch für jeden Einzelnen, darüber wollen wir sprechen mit Gordon Repinski, Chefredakteur von Politico Deutschland. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Verraten Sie uns doch mal, einen Generalstreik grundsätzlich, den gibt es ja so nicht. Der ist gesetzlich nicht zugelassen. Dennoch wirkt es ja ab dem kommenden Montag so, als wenn Deutschland komplett stillsteht. Was hat das für Auswirkungen? Ja, offiziell sind es überwiegend Demonstrationen. Aber es ist schon so, dass sich da viel Wut von verschiedenen Branchen zusammentut. Und man hat das Gefühl, es ist so eine konzertierte Aktion der Wutbürger. Und der Bundeskanzler Olaf Scholz hat immer gewarnt davor, dass diese französische Gelbwesten-Bewegung irgendwann mal nach Deutschland kommt. Und man hat das Gefühl, auch ohne Gelbe Westen, so etwas Ähnliches passiert da jetzt gerade. Haben Sie denn grundsätzlich Verständnis dafür, dass man sich branchenübergreifend da scheinbar abspricht und alles auf einen Tag fokussiert? Ich meine, dass die Bahn streikt, das kennen wir ja. Bauern haben es Mitte Dezember gemacht, Straßen lahmgelegt. Wurde sich da untereinander abgesprochen? Klar. Und natürlich wird auch darauf geguckt, was die anderen Branchen machen. Als Bürger habe ich kein Verständnis dafür, weil es uns einfach in einer Phase lahmlegt, in der wir, glaube ich, alle ganz positiv in das neue Jahr erst mal starten wollen. Und dann kriegt man gleich irgendwie einen drauf und kommt nicht durch, weder mit der Bahn noch mit dem Auto. Das, glaube ich, stört uns alle als Bürgerinnen und Bürger. Und dann muss man eben, glaube ich, in jeder dieser einzelnen Gruppen gucken, welche Verantwortung man auch wahrzunehmen hat. Da gucke ich besonders auf die Bahn, die ja nun ab und zu schon mal streiken und dann sehr viel lahmlegen. Da ist eine große Verantwortung und damit sollte man nicht spielen. Jetzt denke ich mir immer, dass jede Branche sicherlich ja auch viele Probleme hat und dass man die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja auch verstehen kann oft. Jetzt konzentriert sich das alles auf einen Tag und ich habe das Gefühl, dass die Wut über diesen Tag oder die Tage, es sollen ja drei bis fünf, dann, glaube ich, werden die problematisch sein könnten ab nächster Woche, dass sich dann alles mehr auf die Wut konzentriert als vielmehr auf die Forderungen, weil das geht ja völlig unter dann, oder nicht? Ja, das kann sein. Und das ist ja von Branche zu Branche unterschiedlich. Bei den Landwirten begann das ja mit der großen Entscheidung, dass jetzt der Bundeshaushalt eingehalten werden muss, dass es keine Sondervermögen mehr gibt, das also gespart werden muss. Und damit betraf es die Subventionen für den Agrardiesel. Also die haben schon einen konkreten spürbaren Effekt, gegen den sie da jetzt auch protestieren. Das ist ein bisschen was anderes als zum Beispiel bei den Lokführern, die gerne weniger arbeiten wollen von 38 auf 35 Stunden. Also es sind ganz unterschiedliche Forderungen. Am Ende geht es irgendwie um so etwas Ähnliches wie Geld oder Freizeit bei allen. Aber doch sind jeder einzelne Fälle, sind eigentlich unterschiedlich zu bewerten. Wie können sich die Menschen denn vorbereiten, außer jetzt einfach zu Hause zu bleiben? Ja, das Wichtigste ist erstmal ein Bewusstsein dafür, dass nächste Woche wirklich da einiges ansteht. Die ganze Woche, also am Montag beginnend. Man muss sich organisieren, man muss ein bisschen planen, man muss überlegen, wie man zur Arbeit kommt. Geht das mit dem Fahrrad? Kommt man irgendwie auf der Straße noch durch? Oder kann man vielleicht Homeoffice machen? Aber jeder sollte sich schon mal Gedanken darum machen. Anders als bessere Planung geht es nicht. Gibt es dann eigentlich auch Lieferengpässe? Also dass die Supermärkte eventuell dann auch irgendwann leer gegrast sind? Wie sieht es da aus? Das kann natürlich passieren, weil auch die Spediteure natürlich in dieser Gruppe derjenigen sind, die eben in der kommenden Woche Aktionen angekündigt haben. Also auch da dürfte das eine oder andere Produkt fehlen. Wobei ich jetzt mal glaube, auch die Supermärkte werden sich darauf vorbereiten können, die Lager vielleicht ein bisschen aufstocken, sodass wir da jetzt nicht Not leiden werden. Glauben Sie, dass die Politik denn jetzt sozusagen diesen großen Hilferuf verstanden hat und sich dann im Laufe des Jahres und in den nächsten Monaten und Jahren dahingehend etwas verbessert für die einzelnen Branchen? Auch da kommt es auf die Branche an. Bei den Landwirten hat man ja gemerkt, es gab diese erste Protestwelle vor einigen Wochen, dass die Politik gesagt hat, ja okay, da sind wir vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Mehrere Stimmen, auch aus den Regierungsfraktionen gab es schon, die gesagt haben, okay, da müssen wir vielleicht noch mal was ändern. Die Parlamentszeit, das Parlamentsjahr beginnt ja jetzt auch. Also da kann ich mir vorstellen, in dem Bereich wird es noch mal Debatten geben. In anderen Bereichen, wie bei den Tarifverhandlungen zum Beispiel, da hält sich die Politik natürlich erst einmal raus. Aber es kommt immer darauf an, was es am Ende für die Gesellschaft bedeutet. Kommt man damit ganz gut aus? Kommt man da rum um den Streik? Oder ist es wirklich massiv und die Landwirte sind natürlich sehr sichtbar. Ein Mensch, ein großes Gerät, das merkt man dann in Berlin sofort. Abschließende Frage, jetzt haben Sie es ja gerade eben schon erwähnt, das Jahr startet gerade. Die Stimmung war im vergangenen Jahr schon, ich sag mal, am Tiefpunkt, zumindest in der gefühlten Wahrnehmung. Jetzt kommt sowas im neuen Jahr, wo es wirklich handfest noch mal irgendwie schlechte Stimmung gibt. Muss die Politik da jetzt nicht wirklich ran und sagen, okay, wir müssen das irgendwie auffangen? Klar, das ist natürlich der Wunsch. Andererseits kann die Politik auch nicht zaubern. Wir haben ja besondere Herausforderungen im Moment. Wir haben die Situation in der Ukraine, wo eigentlich der Bedarf ist nach noch mehr Geld für noch mehr Unterstützung. Wir haben die ganze Energiepreisthematik und auf der anderen Seite natürlich immer noch so Folgekosten von der Corona-Pandemie. Und wenn dann eben die Abmachung ist, dass man die Steuern nicht erhöht und dass man die Schulden ebenfalls nicht erhöhen will, dann muss man eben an irgendeiner Stelle sparen. Ich glaube, die Politik ist sich schon dessen bewusst, dass die Stimmung nicht gut ist. Aber da sind auch Menschen, die können nicht zaubern. Viele Baustellen auf jeden Fall, die da schon da sind, in den nächsten Wochen und Monaten noch auf uns zukommen. Aber ich denke, ein Vorteil, wenn man irgendwas Positives daraus ziehen möchte aus dem Streik nächste Woche, aus den ganzen Demonstrationen, dass wir es jetzt wissen und dass man sich so ein bisschen darauf vorbereiten kann. So ist es. Vielen Dank, Gordon Repinski. Danke. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.